hi und herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem pokémon kanal ja meine freunde heute ist release tag freitag das heißt entwicklung in paldea ja das machen wir jetzt auf die bild und battle stadion box und mal gucken ob die ja morgen ist übrigens samstag das heißt tauschtreff bei uns kommt gerne vorbei 10 bis 14 uhr ist der tauschtreff adresse und alles steht in der video beschreibung kommt gerne vorbei es wird wieder viel getauscht werden so wie die letzten male auch und was haben wir hier drin wie immer bei kam es in purport nur drei packs die extra sind und die zwei free release beziehungsweise bild und battle kids haben wir hier so machen wir mal auf war mal gucken was dafür promos trainer sind habe ich ja noch gar nicht gesehen habt ihr euch die schon angeguckt die promos ich noch nicht so erst mal hier die vier booster und was haben wir sp sp no don sp no don ok ja sieht cool aus kann man so machen so nächstes bild und battle kit was hier findet pro wo drin ist hoffentlich nicht die gleiche hoffentlich nicht die gleiche kriegen wir mal das ist eine andere hier ganz vor gitarre schönes ding schönes ding und hier packs hoffentlich 1 2 3 4 jawohl super dann würde ich sagen ob 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 ich habe noch gar nichts aufgemacht von den neuen marken mal klicken mal klicken was das auf karten sind ein tarundel krammux traumfugil parmamo hypomorda morba kramchev lokrock x geil 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 ach übrigens die habe ich nicht von aus meinem laden sondern ganz wichtig weil ich auch noch mal erwähnen vielen dank an mario der hilft mir ein bisschen aus und ja habe ich von mario marios games world sehr sehr cool und noch ein kip hallo vielen dank mario nochmal der hilft mir auch morgen ein bisschen aus dass ich ein wahre da hat weil amigo hat es leider ein bisschen verkeckt mit dem versand ja aber sehr sehr lieb von dem mario vielen dank nochmal nächster booster geile geile karte erstmal rausgezogen also gönnt auf jeden fall die bild und battle box jetzt schon hat sie jetzt schon für mich gelohnt finde ich hat sich jetzt schon gelohnt war triebe geht gleich weiter mit kubuin sehr cool gar das ein holo auch weiß und eine feuer energie gleich ein gespielt liebes polizei ja nicht mehr kann das gar doch sieht auch cool aus oder ja also zwei booster zwei hits i cannot beschwer mich mob tief wingol tanzer unheilvoller einöde rasav da kommt demnächst auch eine box raus von der weiterentwicklung von rasav die xbox ich glaube im juli wenn ich mich nicht täusche gar aus in reverse und ein zu bier ist auch sehr schön machen wir weiter mit dem ersten und ein dumme isel fm auch cooles artwork im hintergrund mit den häusern nicht schlecht philorie quacks reitschuh cryo spino das für namen numi spross afi die ich graffi diesen afi die hoes kilo croc in ex geil was der universe mit das war der holo slot sehr cool sehr sehr cool ja 340 kp nicht schlecht ich hoffe ich ziehe den doppelt ich hoffe ich ziehe den doppelt weil dann habe ich was für die kids auf dem trödel und die wollen immer karten mit hoher kp anzahlen haben das wollen sie immer haben auf dem trödel die kids das gefällt ihnen am meisten hohe kps liebesguss schneebrek dann tiri grusche trauen trauen magie knabbern mit krieg und 1 garabax sehr schön sehr sehr cool machen wir an die nächste auf haben wir noch ordentlich was da an boosters wir haben hier noch ein paar gira fahrig super ball relo quacks ruscha trauen magie flannibal und burmels und ein schlum nahhaftes eisen durch schießen ich finde es mal so witzig ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht ja ich finde es jetzt geil also die karten sehen sehr cool aus geht nicht immer nur um da sind aber keine teuren karten drin ist auch scheißegal hauptsache die sehen geil aus oder nicht also viele gucken leider also habe ich so mitgekriegt tropius auf gucken ob die karten im set teuer sind oder ob die nicht teuer sind und wenn die nicht teuer sind dann ist es für die hochwertige energie zum gewinnen sehr cool und eins nie bude ja und wenn die nicht teuer sind dann ist es für die schon uninteressant also wenn ich ein bisschen schade dass viele immer nur auf den auf den preis gucken von den karten was die karten wert sind oder was die karten kosten aber naja wir machen auf jeden fall hier weiter das heißt kommt die bunkel micro magnitilo spinnendie so das püro leo die bunkel trinke pahler und ein sp nur in holo sehr gut und wir haben die nächsten wo es daraus next one next one mit leufeo glühende kohlen pavita ist auch cool aus bei der taurus nicht schlecht stimmt das war ja auch bei kam es in und purpur da ist ja schon gefangen ihrer fahrig ist auch sehr schön aus mimikma in holo das war's das was die heißen denn die neuen sind doch die neuen legendären wie heißen die denn hoffentlich ziehen war eins dann wissen wir wie das heißt habe ich noch gar nicht so auf dem schirm wie die alle heißen die neuen sind einfach hier so viele waldriebe ihrer fahrig vermieds tafforgita auch cool super angel super angel angel war es auch was super ist ein afi und habe aber cool armwurftraining und raketen klatscher cool cool last pack magic ziehen wir noch was cooles oder nicht kicken so ta hunde knabon krammux trauenvogel kolossant reitschuh noch krokodilorie und ein extrem euro ja cool ja doch auf die karte oder war da keiner drinnen naja egal aber ich bin sehr sehr zufrieden mit den mit der ausbeute aus elf boostern vier richtig geile hits einmal die energie sieht man es gut die energie karte gold energie dann die loco 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 auch wenn ich da die ex und das sehr schöne kubuin und natürlich die hier geil die ist schon cool die ist schon cool wird jetzt gleich eingesleeved ich sage wir sehen uns morgen falls ihr aus berlin kommt kommt gerne vor allem zum tauschtreff 10 bis 14 uhr steht alles in der video beschreibung ansonsten guckt gerne weiter weil im nächsten video das kommt heute abend raus da machen wir die blister auf nicht verpassen hier kommt gleich noch eine playlist und ein video weiterschauen weiterschauen weiterschauen